Wir kommen zu einer weiteren Übung zum Hauptthema Verzweigungen, wie man diese in MadCat implementiert. Unter Thema geht es um stückweise städtische Funktionen und ich möchte auch hier wieder die Gelegenheit nutzen, um ein paar spezielle Features Ihnen von MadCat näher zu bringen. Hier ist nochmal die Aufgabenstellung. Wir haben hier folgendes Gebäudeprofil gegeben und das soll quasi in Form einer stückweise städtischen Funktion beschrieben werden. Warum stückweise städtisch? Man sieht hier deutlich, wir haben hier den ersten Teil, also zwischen 0 und 6 liegt das Ganze hier linear vor. Dann haben wir hier eine gebogene Form und das soll durch eine Parabel beschrieben werden und dann ab 14, zwischen 14 und 20 wäre das dann wieder linear. Und hier wollen wir uns mal anschauen, wie kann man sowas mathematisch beschreiben und da ist natürlich für so etwas, dieser Form braucht man eine stückweise städtische Funktion. Wir sollen diese definieren und gegebenenfalls grafisch oder numerisch testen und dann auch, wenn wir die Funktion schon mal haben, das Volumen eines solchen Gebäudes bei einer konstanten Länge von 15 Meter. Also das heißt, das Profil ist über das Gebäude konstant und wir gehen von einer Länge von 15 Meter aus und sollen dann mal das Volumen berechnen. Wichtig ist ja auch nochmal, deswegen ist es ja nochmal rot markiert, das Ganze soll so aufgebaut werden hier in MatCat, dass wir hier Redundanzen vermeiden. Wir werden zum Beispiel diese Punkte mehrfach benötigen in der Folge und das bedeutet aber nicht, dass wir die einfach immer wieder neu eingeben, sondern, dass wir das alles nur einmal eingeben, sodass die Ausgangsdaten, das sind im Prinzip eigentlich nur die Stützpunkte dieser Funktionen, die wir hier gegeben haben, dass die einfach nur einmal eingegeben werden müssen und dann nicht immer wieder erneut, aber immer wieder verwendet werden können, aber nur einmal eingegeben werden müssen. Und ich werde auch gleich mal in der Folge noch demonstrieren, was das für einen Beweggrund hat. Okay, fangen wir mal an und zunächst möchte ich jetzt hier die Punkte eingeben in Form einer Punktmatrix. Und hier möchte ich mal eine andere Variante zeigen im Vergleich zu einer anderen Übung und zwar möchte ich die Punktmatrix in Form einer Excel-Komponente eingeben. Man hätte natürlich auch hier wieder eine Matrix nehmen können oder eine Tabelle, aber in dem Fall nehme ich hier mal eine Excel-Komponente, die finden wir unter Eingabe. Und dann gibt es zwei Varianten, wie Sie Excel einbieten können. Einmal ReadExcel. ReadExcel, das ist quasi eine Funktion, mit der können Sie halt dann die Daten ins MatCat einlesen, ohne dass Sie die zwangsläufig sehen müssen. Also diese Variante würde ich empfehlen, wenn Sie sehr, sehr große Excel-Tabellen haben, die Sie in MatCat in Ihrer Fülle sowieso nicht darstellen wollen. Allerdings wollen Sie mit diesen Daten in MatCat irgendwie arbeiten und dann empfiehlt sich die Funktion ReadExcel, also eben für große Tabellen. Haben Sie eher kleinere Tabellen, die Sie aber auch in MatCat visualisieren wollen mit den Möglichkeiten von Excel, weil die Möglichkeiten in Excel, um Tabellen zu visualisieren, sind natürlich besser als in MatCat. Weil das Excel ist ja, wie gesagt, dafür gedacht, das ist ja ein Tabellenkalkulationsprogramm und oftmals kann man damit eben Tabellen weitaus besser darstellen als in MatCat. Und dazu gibt es halt die Excel-Komponente, weil da haben Sie halt dann mehr Möglichkeiten mit den Tabellen zu spielen. Und da schauen wir uns hier mal an. Ich gehe also hier, klicke also zunächst mal dahin, wo die hinkommen soll. Dann gehe ich hier auf Excel-Komponente einfügen und die sieht dann so aus. Wir haben hier einmal einen Eingabebereich, dann hier diesen Tabellenbereich und zum Schluss einen Ausgabebereich. Ja, der Eingabebereich ist dazu da, dass wenn Sie jetzt Daten von Excel in MatCat eingeben wollen, also Sie wollen quasi Daten, die in Excel bereits gegeben sind. Entschuldigung, jetzt habe ich es verwechselt. Wenn Sie Daten von MatCat in Excel schreiben wollen, dann dazu ist der Eingabebereich. Ja, wollen wir in dem Fall nicht, weil die Daten sind bei uns in Excel gegeben und nicht in MatCat. Deswegen können wir das schon mal schließen, einfach hier auf dieses Minus gehen. Und wir brauchen im Prinzip nur den Tabellenbereich und den Ausgabebereich. Vielleicht noch ein Hinweis, falls Sie das mal brauchen, Sie können die Eingabe definieren, indem Sie dann hier einfach reinklicken und dann hier auf Eingabeausdruck einfügen gehen. Ja, aber in dem Fall werden wir das nicht benötigen, deswegen bleibt man das weg. So, zunächst werden wir die Tabelle hier eingeben. Ich mache hier einen Doppelklick, dann öffnet sich hier Excel parallel dazu. Ich zeige es Ihnen mal. Das ist eine leere Tabelle. Und jetzt kann ich hier ganz normal meine Tabelle eingeben. Um jetzt hier Zeit zu sparen, habe ich das schon mal vorbereitet. Und die Tabelle in einem weiteren Excel-Sheet, die kopiere ich mir sehr einfach. Gehe auf STRG-C, schiebe das wieder rüber. Gehe hier rein, auf STRG-V und habe hier meine Tabelle eingegeben. Ich werde mal hier die etwas schmaler machen, die Kästchen. So, das geht so nicht, müssen wir es doch, doch hat er gleich gemacht. So, und ja, das passt so. Vielleicht machen wir das Ganze hier noch mittig. Ja, man sieht hier so von der farblichen Darstellung her und so weiter, haben Sie natürlich hier, oder mit bedingter Formatierung und so weiter, haben Sie natürlich in Excel mehr Möglichkeiten als in MadCat. Und wenn man das nutzen will, kann man halt die Excel-Komponente verwenden. Jetzt habe ich meine Tabelle hier eingegeben und formatiert. Und wenn ich fertig bin, ganz wichtig, bevor ich im MadCat damit weiterarbeiten kann, muss ich erst mal hier das Excel-Sheet schließen. Jetzt taucht die mir hier auf, etwas verzerrt. Das kann man hier korrigieren über die Griffe. So, und hier unten auch. Und jetzt passt das. Hier können Sie das Ganze noch ein bisschen kleiner machen. So, und jetzt ist die Tabelle quasi sichtbar hier in unserer MadCat-Sheet. Und im nächsten Schritt können wir jetzt hier festlegen, wie wir die Daten jetzt hier in MadCat auch verfügbar machen. Und das ist hier Ausgabe. Also Ausgabe heißt, Sie geben von Excel nach MadCat Daten aus. Und Sie klicken hier in den Ausgabebereich und gehen jetzt wieder auf Excel-Komponente und sagen hier Ausgabeausdruck einfügen. Und dann erscheint hier dieser Ausdruck. Meines Wissens können Sie den nicht schreiben. Ja, die müssen also den wirklich hier mit Ausgabeausdruck einfügen. Beziehungsweise hier oben war das Eingabeausdruck einfügen. Das sieht dann halt so aus. Ja, hier können Sie quasi dann hier Ihre MadCat-Variable aufrufen, die hier irgendwelche Daten beinhaltet und die dann hier in den Excel-Bereich zuordnen. Ich mache es mal wieder weg. Es geht in dem Fall, wenn wir jetzt die Daten von Excel nach MadCat holen. Wir werden zunächst hier das Ganze beschriften. Das heißt, hier eine Variable Namen definieren. Das nennen wir einfach KAD für Koordinaten. Das ist quasi jetzt hier eine Variable, der wir jetzt hier die Daten zuordnen. Und über diesen Variable, beziehungsweise deren Namen, können wir das dann hier in Zukunft im MadCat ansprechen. Jetzt müssen wir noch definieren, welcher Bereich hier die Daten enthält. Denn aktuell hat er einfach hier nur A11, also die Zelle A1 genommen. Das ist dieser Bereich, das ist quasi diese hier. Ich werde es mal kurz zeigen, was dann passiert. Das gebe ich ganz normal aus. Gehe auf KAD und gehe auf Istgleich. Ja, dann bekomme ich hier diesen Text. Ja, ich möchte auch hier diese Zahlen haben. Um den Bereich zu definieren, kann ich jetzt nochmal reingehen. Ich gehe nochmal Doppelklick auf meine Komponente und klicke mal hier. Ich interessiere mich halt hier nur für diese Zahlen. Der Rest ist für MadCat irrelevant. Also wäre das hier die Zelle B2. Da geht es los bis zur Zelle F3. Ja, und das kann ich jetzt hier entsprechend eingeben. Gehe also jetzt hier nochmal unten rein. Bitte lassen Sie die Anführungsstrichen stehen, sonst funktioniert das nicht. Also das hat ich gesagt, B2, Doppelpunkt, F3. Das ist mein Bereich. Und jetzt sehen wir hier schön, das so ein bisschen runterschieben, unsere Daten, können das nochmal kontrollieren. Ja, und hier sehen Sie auch, dass natürlich die Excel-Komponente wirklich nur Sinn macht, wenn Sie die Tabelle darstellen wollen. Ja, wenn Sie, wie bereits schon erwähnt, riesige Tabellen haben, die Sie in MadCat sowieso nicht anzeigen können in Ihrer Fülle, dann nehmen Sie bitte die ReadExcel-Funktion. Das ist ähnlich wie das hier unten. Ja, nur dass Sie im Prinzip dann einfach hier dann den Bereich angeben und dann können Sie mit den Daten in Anführungsstrichen blind arbeiten, ohne dass Sie die unbedingt darstellen müssen. So, jetzt können wir das noch ein bisschen kleiner machen, vielleicht noch ein bisschen hochziehen. So, und das, was wir mal so stehen zur Kontrolle als Alternative, können wir normalerweise auch wegnehmen. Wenn man will, kann man das ja auch noch ausblenden und das auch löschen. Und dann können Sie quasi hier mit Ihrem Excel-Datentool bzw. mit der Excel-Komponente hier arbeiten. Ich lasse es mal ein bisschen eingeblendet und gehe jetzt zum nächsten Schritt. Jetzt sollte das Ganze erstmal visualisiert werden in einem Diagramm. Bevor wir das machen, muss ich erstmal hier die Punkte in eine Form bringen, dass ich auch die im Diagramm darstellen kann. Und dazu gehe ich folgendermaßen vor. Ja, wobei ich muss es eigentlich nicht. Ich kann das auch ein bisschen abkürzen. Und zwar gehen wir einfach hier auf Diagramm und gehen auf XY-Diagramm, fügen das hier ein. Ich werde es hier gleich mal ein bisschen formatieren bei der Gelegenheit. Und Diagramm-Hintergrund, mag ich immer ganz gerne transparent. Und hier noch ein bisschen höher ziehen. So, hier haben wir noch den nächsten Bereich. So, vielleicht hier noch das kleiner machen und dann passt es. So, wie können wir jetzt die Daten hier darstellen? Dazu suche ich mich mal ein bisschen raus und werde mal ganz kurz was demonstrieren. Die Matrix können wir in dieser Form erstmal nicht in ein Diagramm darstellen. Wir müssen hier die X- und Y-Zeile voneinander trennen in Form von Vektoren, die wir dann wieder in ein Diagramm darstellen könnten. Wie mache ich das? Ich zeige es mal hier kurz daneben exemplarisch. Ich gehe auf KRD, rufe meine Koordinatenmatrix auf und ziehe zunächst erstmal hier meine Zeile mit den X-Werten raus. Und dazu gehen Sie hier auf Matrizen und Tabellen. Hier finden Sie nochmal die speziellen Operatoren dazu. Und das müsste dieser sein. Und dann sage ich, welche Zeile das sein soll. Das ist die erste. Und gehe dann mal auf IS-Gleich und zeige das hier entsprechend an. Jetzt habe ich quasi hier diese Zeile extrahiert. Nun brauche ich die allerdings als Vektor, um sie halt im Koordinatensystem darstellen zu können. Ja, jetzt haben wir die Zeile rausgezogen. Aber es ist im Prinzip immer noch eine Matrix. Und eine Matrix kann ich in dieser Form noch nicht darstellen. Ich probiere es mal aus. Nicht, dass ich irgendwas Falsches sage und schmeiße es jetzt hier rein. Ich mache jetzt dasselbe hier unten nur mit der Nummer 2. Sollte eigentlich, ja, das sehen wir hier, das sehen wir erstmal ein X her. Also das kann man so nicht darstellen. Aber es gibt noch folgenden Trick. Ich kann hier raus, ich tue es mal kopieren, damit Sie einen Unterschied sehen. Ich kann hier raus einfach durch Transformieren einen Vektor machen. Und das mache ich jetzt noch. Gehe also hier auf den Operator fürs Transponieren. Und bekomme jetzt hier einen Vektor. Und wenn ich das jetzt nochmal nehme und hier unten reinschmeiße und hier auch nochmal hier allerdings jetzt die zweite Zeile nehme für die Y-Werte, dann kriegen wir hier diese Form. Ja, das, so kann man das Ganze darstellen. So können Sie quasi aus Ihrer Matrix zunächst hier Zeilen, aber Sie können natürlich auch Spalten rausholen. Im Übrigen, diese Operatoren finden Sie hier in der Registerkarte Matrizen und Tabellen, aber Sie finden sie auch hier vorne. Ja, jetzt habe ich das hier kleiner gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Also hier Operatoren und hier finden Sie sie auch. Ja, also Sie können ja zunächst jetzt hier die Zeile rausziehen, dann das Ganze transponieren. Und schon haben Sie das Ganze hier als Vektor und können das hier darstellen. Wichtig ist, Sie sollten das hier nicht einfach so verbinden. Das müssen wir noch korrigieren. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf die Spur und gehe dann hier auf Diagramme und tue hier eine Symbolik verwenden. Hier zum Beispiel Punkt. Und nehme dann die Linie raus. Und dann sieht das so aus. Allerdings haut hier noch was nie ganz hin. Da muss ich nochmal gucken. Das sieht noch nicht so gut aus. Schauen wir uns nochmal das hier an. Das sind die Werte. Eventuell, wie er das verbunden hat. Ja, dummer Fehler. Das sind hier die X-Koordinaten. Die 1 ist ja X, die erste Zeile. Also muss hier eine 2 rein. Und hier unten eine 1. Das Schöne ist bei diesem CRS-Programm, das kann man immer alles so schön ändern. Und jetzt passt das auch. Hier sieht man schön die Punkte, die wir uns hier rausgeholt haben. Ich glaube, mir fällt gerade auf, ich habe vorhin vergessen zu sagen, wo die Punkte eigentlich liegen. Und zwar sind das hier die Stützpunkte. Ja, das ist der erste Punkt, wäre hier 0 und 4. Also dieser hier. Der nächste Stützpunkt wäre 6 und 10. Dann brauchen wir noch die Mitte. Das ist hier 10 und 14. Dann hier dieser Punkt, 14 und 10. Dann ist hier unser Parabel zu Ende. Und der letzte Stützpunkt wäre hier bei 20 und 4. Ja, und die Punkte haben wir jetzt hier in der zusammengefassten einer Punktmatrix oder Koordinatenmatrix. Und um die jetzt darzustellen, haben wir hier daraus Vektoren gezogen. Einmal für die x-Werte, einmal für die y-Werte. Und haben diese hier dann im Koordinatensystem einmal dargestellt. Und das nehmen wir hier raus. Ja, würden Sie das hier verbinden, was ich eigentlich nicht empfehlen würde, dann sieht das natürlich auch so aus wie oben. So ungefähr. Wobei natürlich jetzt hier oben, das ist natürlich keine Parabel. Ja, er macht jetzt einfach hier Linien raus. Deswegen hatte ich gesagt, das funktioniert dann quasi nur mit den, hier mit diesen hier. Da wird das einigermaßen funktionieren. Aber hier passt es dann nicht mehr. Ja, deswegen tun wir das hier nicht verbinden. Das irritiert bloß. Also hier sagen wir keine. Weil hier oben haben wir keine lineare Funktion, sondern eine Parabel. Und ja, und im Übrigen, ja, okay, das passt dann so. So, machen wir das ein bisschen kleiner. Und ja, 0, das hat er automatisch, die Grenzen hat er automatisch hier genommen von unserem Diagramm. Wir können sie aber auch entsprechend einstellen, indem wir hier einfach die Koordinaten eingeben für unser Diagramm. Ja, das soll ja bei 0 losgehen. Also kann ich hier meine Koordinatenmatrix aufrufen und einfach hier den ersten x-Wert nehmen. Gehe also hier auf Operatoren. Hier sind sie. Und nehme hier den Index und sage einfach 1,1 wäre hier 0. Da soll es losgehen. Falls man es nicht automatisch nimmt. Und hier wäre das dann 1,5. Also der fünfte Wert wäre dann hier die 20. Da soll das Ganze aufführen. Jetzt haben wir hier auch nochmal das Ganze schön verknüpft mit unserer Matrix, mit unserer Punktmatrix. So, falls ich die Punkte mal ändern soll, dann passt das ja alles automatisch an. Gut, im nächsten Schritt wollen wir jetzt hier mal anfangen, unsere Funktionsgleichung aufzustellen. Ja, wir fangen an hier mit der ersten Funktion. Ja, das ist quasi diese Gerade hier. Ja, das ist eine lineare Funktion. Hier oben finden wir die allgemeine Form einer linearen Funktion. Und jetzt möchte ich, ich muss quasi nur die beiden Parameter K und D bestimmen. Wenn ich die habe, dann habe ich im Prinzip meine lineare Funktion und die brauche ich einfach nur anpassen. Die muss ich halt so bestimmen, dass die lineare Funktion durch diese Punkte 0 und 4 und 6 und 10 durchgeht. Also durch die Punkte P1 und P2 muss diese lineare Funktion durchgehen. Und dann kann ich auf diese Art und Weise meine Parameter K und D bestimmen. Und ich habe im Prinzip hier ein Gleichungssystem. Ja, so machen wir das und dazu muss ich erstmal die beiden Punkte aus meiner Matrix rausholen. Und das mache ich jetzt mal mit einer anderen Variante, die ich Ihnen ja auch zeigen will, nämlich mit der Funktion Submatrix. Zunächst nehme ich hier eine Variable Name, das ist ja jetzt x1, gehe auf Doppelpunkt ist gleich und ziehe mir jetzt hier, ich rufe jetzt hier die Funktion Submatrix auf, gehe also auf Funktionen, hier war es, und finde dann hier unter der Kategorie Fektoren und Matrizen hier die Funktion Submatrix, diese. Hier sehen Sie auch gleich die Vorschau. Ja, und wenn Sie nicht wissen, wie die Funktion genauer funktioniert, dann können Sie einfach die Funktion anklicken, gehen auf F1 und dann geht hier die Hilfe auf. Und hier sehen Sie jetzt nochmal die Funktion dann genauer beschrieben, auch hier die einzelnen Parameter und hier unten, was die einzelnen Parameter bedeuten. Wir müssen zunächst hier eingeben, den Namen der Matrix, aus der wir eine Submatrix extrahieren wollen. Das wäre in unserem Fall die Matrix KRD. Jetzt müssen wir eingeben, hier, das ist dann IR, das ist quasi die Bereich der Reihe, also quasi den Anfang der Reihe und das Ende der Reihe, die wir rausziehen wollen. Ja, wir haben in dem Fall nur eine Reihe, nämlich die erste, weil sind die x-Werte drin, deswegen sagt man, hier geht man hier 1,1 ein. Ja, wäre die Matrix viel größer, nehmen wir an, Sie würden die ersten drei Zeilen rausholen wollen, dann müssen Sie hier 1,3 eingeben. In dem Fall ist es 1,1, weil es geht nur um die erste Reihe. Und der nächste beiden wären jetzt die Columns, also C steht für Columns, R für Rows und das ist quasi die erste, wo sollen die Columns, die Spalten anfangen und aufhören, die ich rausholen will. Die müssen natürlich zusammenhängend sein, ja. Ja, und in unserem Fall sind es quasi die ersten beiden, also ich möchte hier die Punkte P1 und P2 raus haben, also sind das quasi die Spalte 1 und 2. Und das hole ich mir jetzt hier rein, 1 und 2, gehe auf ist gleich und bekomme jetzt hier meinen Punkt 0,6. Das wäre der erste Punkt, Entschuldigung, das wären jetzt die x-Koordinaten der ersten beiden Punkte. Und ich möchte es allerdings wieder als Vektor haben, das lässt sich damit einfacher arbeiten, deswegen tue ich das Ganze noch transponieren, gehe jetzt hier auf Operatoren und mache daraus wieder einen Vektor und habe jetzt hier einen Vektor extrahiert. Vielleicht noch mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, ich versuche es immer wieder zu sagen, dennoch hier auch noch mal der Hinweis, dass ich hier anfange, das Ganze mit 1 zu ziehen, das heißt, dass der Index meiner Matrix, wo komme ich jetzt hier rein, hier sieht man es glaube ich, hier bei 1 losgeht, das liegt an einer gewissen Voreinstellung, hier sieht man es noch mal, also die Indizes beginnen quasi bei 1, die erste Zeile und die erste Spalte und das liegt hier an dieser Systemvariablen hier Origin. Damit können Sie festlegen, mit welcher Zahl beginnt der Index an, fängt der Index an zu zählen. Ich verwende hier in EDV2 ganz gerne das gleiche wie in Excel, weil auch in Excel, ich zeige es hier noch mal, beginnt das alles hier mit 1 anzuzählen. Und deswegen, um da eine gewisse Kontinuität zu bewahren, arbeite ich auch hier in MatCat immer mit dem Origin 1. Aber aufpassen, hätten Sie jetzt keine Vorlage von mir, sondern hätten Sie mit der Standardvorlage von MatCat gearbeitet, ich zeige das mal, dann ist der Origin immer auf 0 gesetzt. Das würde bedeuten, hätten wir auch den Origin hier bei 0, bei unserem Beispiel, Sie können es durch jederzeit ändern, Sie können da zum Beispiel reingehen, das ist auch nicht, ich möchte lieber 1 haben, ja, aber wäre der Origin hier bei 0, dann wäre der erste Wert hier nicht 1,1, sondern 0,0, ja, weil dann fängt das Ganze an mit 0, ja, das ist einfach, ja, die einen bevorzugen dies, die anderen jenes. Hier in MatCat kann man es halt einstellen und dadurch, dass man es einstellen kann, nutze ich halt die Möglichkeit und orientiere mich hier an Excel. Es gibt aber viele Programmiersprachen, ich glaube auch im VPA ist es so, wo der Origin bei 0 anfängt zu zählen. Ja, dort ist immer, wenn Sie mit Feldern arbeiten, immer der Startindex 0. Nicht immer, aber bei vielen, ja, deswegen weise ich nochmal darauf hin. Und auch die Default-Einstellung von MatCat ist normalerweise 0. Das bitte beachten, aber wir verwenden hier 1. So, jetzt tun wir das Kopieren, machen dasselbe für y, also hier einfach reinkopiert und dann hier umbenannt in y, aufpassen. Wir müssen im Prinzip dann nur die Zeile ändern, die Zeilennummern, da wir hier jetzt diese Zeile brauchen und diese beiden Punkte, also diese beiden Werte, y-Werte von den Punkten p1 und p2, also 4 und 10, wäre dann die zweite Zeile. Die Spalten bleiben gleich, also brauchen wir einfach hier nur die Nummern ändern auf 1 und 2 und schon haben wir hier die y-Werte dazu. Ja, jetzt können wir anfangen, hier unser Gleichungssystem aufzustellen. Dazu verwende ich hier oben diese allgemeine Form, greife also auf die zurück. Ich werde hier zunächst erstmal eine Variable hier vorgeben, die nenne ich, ja, wie nennen wir sie, p für Parameter, ja, und 1, das wären also die Parameter für die erste Funktion, Doppelpunkt, ist gleich, und ruf jetzt hier meine Gleichung auf, also oben ist ja schon definiert, also fl, ja, ich verweise jetzt auf die, die ist ja quasi schon vorgegeben, und trage jetzt hier ein, was hier gegeben ist. Gegeben werden die x-Werte, also x1, dieses hier gesucht, sind die Parameter k und d, das kann ich so übernehmen, ja, k, d, halt, hier fehlt ein Komma, nicht Punkt, k, d, setzt das Ganze gleich mit y, ist eine Gleichung sein, also hier, fettes ist gleich nicht vergessen, und kopieren wir das hier einfach schnell, setzt das mit y gleich. Jetzt habe ich hier mein Gleichungssystem definiert und tue das Ganze auflösend nach k und d. Das mache ich hier in dem Fall symbolisch. Warum mache ich symbolisch? Ist eine einfache Sache, lässt sich analytisch lösen und kann in dem Fall das Ganze symbolisch machen. Gehe also auf solve, da vorteilich geht das alles hier in eine Zeile rein, ist also die schnelle Schreibweise, ist die symbolische Schreibweise, aber wie gesagt, die funktioniert in der Regel nur bei wirklich klaren analytischen Lösungen. Wenn es komplizierter wird, sollte man dann eher den Lösungsblock verwenden, den ich in anderen Übungen gezeigt habe, also k und d ist gesucht und löst das Ganze auf und bekommt jetzt hier die Lösung ausgegeben. Sie sehen, er tut trotzdem ganz schön rumrühren, obwohl es eigentlich relativ einfach ist. Deswegen können Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt hier eine wirklich kompliziertere Sache haben, dass dann dieser symbolische Lösungsblock noch länger dauert. Deswegen sage ich immer dazu, nehmen Sie ihn nur bei einfachen Sachen. Der Vorteil ist, er lässt sich relativ leicht hier schreiben. Aber wie gesagt, bei größeren Sachen könnte der entweder lange dauern oder zu gar keinem Ergebnis kommen. Jetzt haben wir hier die Ergebnisse abgespeichert in der Koordinate P1. Jetzt werden wir nochmal die spezielle Form für F1 hier zusammenschreiben. Jetzt haben wir ja die Parameter K1 und D1 oder K und D für die Funktion F1 bestimmt. Also ich schreibe jetzt hier meine Funktion hin. Das wäre F1 von X, um sie später verwenden zu können. Was macht die Funktion? Sie ruft einfach wieder die allgemeine Funktion auf, die hier oben definiert ist. Das war F1 von X, reicht das X an sie weiter und sagt, nimm anstelle für K und D hier unsere Werte, die wir hier ermittelt haben. Deswegen hole ich jetzt hier meinen P1 raus und sage, der erste Wert, ein Index, wäre dann K. So haben wir das hier definiert. Der erste Wert wäre K. Also das wäre auch hier der zweite Parameter. Also K wäre dann 1,1. Aufpassen müssen wir das hier, weil es ja eine Zeile ist, mit der Matrixform indizieren. Deswegen zwei Indizes. Also hier erste Zeile, erster Wert. Dann gehen wir, vergrößern wir das, gehen auf Komma, kopieren uns das nochmal, fügen das hier ein. Und das wäre dann erste Zeile. Zweiter Wert wäre dann D. So, jetzt können wir das nochmal symbolisch ausgeben zur Kontrolle hier mit diesem Pfeil. Dann zeigt er uns hier dann die spezielle Form für F1 an. Ja, jetzt sollte man das Ganze auch gleich schon mal darstellen im Diagramm, um uns zu vergewissen, dass das auch alles funktioniert hat. Dazu kopiere ich mir einfach das Diagramm. Jetzt muss ich mich ein bisschen zu, weil es doch den zu viel Bildschirmplatz einnimmt. Steuerung C. Und schmeiße das schon mal hier unten rein. Hier unten habe ich das schon mal vorgesehen. Und hole meine Funktion rein. Gehe also hier auf weitere Spur. Also auf Diagramme, Spur hinzufügen. Alter, ich wollte es danach haben. Also hier dahinter klicken. So, Spur hinzufügen. Jetzt haben wir es danach. Das ist die Funktion F1 von X. Hier müssen wir auch noch eine Spur hinzufügen. Nämlich das X. Gehe also hier auch auf Spur hinzufügen und nenne das Ganze X. Mal gucken, ob er das schon macht. Ja, macht er. Können wir so lassen. Das ist natürlich hier, dieser Bereich ist dann halt für uns interessant, aber nur dieser hier. Das ist dann wieder eine andere Funktion. Ich werde das hier mal noch ein bisschen anders formatieren. Nämlich hier, sagen wir mal, als Linienstil nehmen wir das Ganze gepunktet. Und ich möchte die Farbe nicht rot haben, sondern nehmen wir mal hier blau. So, und dann haben wir schön grundiert. Es geht durch unsere beiden Stützpunkte durch, dass es hier oben auch noch durchgeht. Das sei mal dahingestellt. Das ist uninteressant. Aber hier durch diese beiden Punkte geht es halt entsprechend durch. Das hat also gut funktioniert. Also die grafische Kontrolle passt. Ja, die numerische Kontrolle, die kann ich hier oben nochmal durchführen. Die ist natürlich, wenn Sie mit so einem System hier arbeiten, eher überflüssig. Aber dennoch soll es nochmal gezeigt werden, indem ich jetzt hier meine Funktion f1 von x, hier jetzt meine x-Werte übergeben, muss natürlich dann die y-Werte rauskommen. Gehen wir hier auf ist gleich. Und das entspricht dann hier den y-Werten. Also das wäre jetzt die numerische Kontrolle unserer gefundenen Gleichung. Wie gesagt, wenn Sie das mit so einem CAS-Programm machen, sei es MatCat oder MatLab oder Mathematica oder so, ist es natürlich ein bisschen doppelt gemoppelt, weil der macht natürlich keine Rechenfehler. Also in der Regel kommt auch das raus. Aber manchmal kann es passieren, dass man vielleicht irgendwo eine Variabte falsch benannt hat oder so, sodass auch diese Kontrolle durchaus nicht völlig unberechtigt ist. Aber in der Regel reicht für meine Zwecke, gerade für diesen speziellen Fall, hier die visuelle Kontrolle übers Diagramm. Ja, so, also das tue ich vielleicht wieder löschen. Ich habe es nochmal gezeigt, wie man es machen könnte, aber ich würde es in dem Fall jetzt weglassen. Wichtig ist, was ich ja beinahe vergessen, ist hier unseren Definitionsbereich nochmal festzulegen. Das heißt, wo gilt denn eigentlich unsere Funktion f1? und das schreibe ich nochmal hier rein und dazu gucke ich nochmal hier oben rein und die gilt quasi, wenn x größer gleich 0 ist und kleiner den Punkt 6, 10. Entschuldigung, ja doch 6, 10. Ja, dieser hier. Ja, ich schreibe es erstmal hier speziell hin, nur zum Verständnis, sage hier, okay, gehe auf Rechenbereich, füge den Rechenbereich ein und sage, x soll größer gleich 0 sein. Größer gleich haben wir hier, x und kleiner als 10. Jetzt, wenn ich das so mache, habe ich allerdings die Punkte nochmal neu eingegeben. Das meine ich eben mit Redundanz. Jetzt sind sie quasi redundant. Ja, das ist nicht so elegant, denn wenn ich die Punkte jedes Mal neu eingeben würde, ich hätte theoretisch auch hier eingeben können, hier mein Gleichungssystem. Ich zeige es nochmal, nochmal kurz symbolisch. Hier könnte ich theoretisch auch meine Punkte einfach manuell eingeben. Ja, dann habe ich die Punkte aber einmal hier eingegeben, hier oben, dann hier auch nochmal, theoretisch könnte ich sie auch nochmal manuell eingeben, dann hier nochmal und hier nochmal und so weiter. Und es sollten sich die Punkte als irgendeinem Grund ändern. Wenn ich zum Beispiel sage, naja, ich möchte hier die Kuppel ein bisschen größer machen oder das Gebäude geschmaler und so weiter, dann müsste ich all die, wo ich die Punkte eingegeben habe, also theoretisch hier, hier, hier und so weiter, das alles nochmal neu ändern. Deswegen ist es eleganter, ich mache es nochmal rückgängig, die Punkte nicht einfach immer wieder doppelt einzugeben, sondern einfach hier eine allgemeine Schreibweise zu verwenden, wo ich einfach hier auf diese Punktmatrix verweise. Und das schreibe ich mal hier dahinter, mache ich nur ein Wertzeichen rein, gehe nochmal auf Rechenblock, jetzt tue ich es mal allgemein formulieren und sage, was ist einfach 0. Ja, 0 ist im Prinzip hier, das war dieser Wert, also Koordinatenmatrix der erste Wert, also dieser hier. Und ich kopiere das hier einfach mal, um das hier wieder alles neu eingeben zu müssen, und setze einfach dann hier ein, krd-index, wo haben wir es, 1,1. Ja, und hier, das kopiere ich mir. Und das wäre dann, aufpassen, 10 ist ja falsch, ich muss 6 rein, nicht 10, das war der Y-Wert. Habe ich mich hier verguckt, nochmal kontrollieren, genau, X ist 6. Und das wäre dann 2, also 1,2. So, also das wäre jetzt hier die Schreibweise, die ich bevorzugen würde. Schauen wir mal an Oda dazwischen. Ja, und das hat den Vorteil, dass ich jetzt immer wieder auf die Punktmatrix verweise und nicht diese Punktwerte immer wieder neu doppelt, oder dreifach, oder zehnfach eingeben muss. Und so habe ich es quasi nur einmal zentral eingegeben und brauche es dann auch nur einmal zentral hier zu ändern. So, jetzt haben wir das hier fertig gemacht für die Funktion F1. Machen wir dasselbe Spiel für die Funktion F2. Zunächst kopiere ich mir jetzt hier mal den Bereich. Schmeiße das hier rein und lege den Bereich fest. Das wäre jetzt größer gleich 1,2. Halt, hier raus. Und kleiner, das ist dann hier die Parabel, also bis 14, 14.4. Also kleiner 1,4. So, ja, dann kopieren wir uns hier diese Geschichten. Machen wir vielleicht erst mal nur das. Machen wir das hier. Und schmeißen das hier rein, benennen das gleich um. Das wäre x2 in dem Fall. Die Submatrix müssen wir jetzt anders rausziehen. Und zwar werden das dann, wir brauchen dann diese drei Punkte hier. Also von, also die Zeile bleibt gleich, aber es ist dann die Spalte 2 bis 4. Also hier 2 bis 4. Also es wären die Punkte 6, 10 und 14. Ich zeige es nochmal hier oben. Also die Parabel wird jetzt aufgespannt von diesem Punkt bei x gleich 6, von diesem Punkt hier in der Mitte x gleich 10 und von diesem Punkt hier am Rand x gleich 14. Jetzt holen wir uns hier unsere y-Werte dazu, die passenden. Schmeißen das hier rein, nennen das Ganze jetzt hier y2. Und das wäre dann die zweite Zeile. Da sind ja die y-Werte drin. So, kontrollieren das Ganze nochmal, 6, 10 und 14. Und hier hätten wir jetzt auch 10, 14 und 10. Wir können das zur Kontrolle auch einfach hier runter kopieren. So, halt, das war jetzt hier nicht so klug. Hier daneben. Und hier sehen wir es auch nochmal, 10, 14 und 10 und 6, 10 und 14. So, jetzt können wir hier unser, das hier kopieren zum Lösen. Und einfach abändern. Wir haben ja jetzt unseren Punkt P2, wo dann die entsprechenden Parameter gespeichert sein sollen für die Funktion F2. Das wäre jetzt die Funktion, wir müssen jetzt allerdings die quadratische Funktion aufrufen, die allgemeine Form, die hier oben stehen. Die heißt FQ. Also machen wir aus dem L in Q. übergeben jetzt die x2-Werte. Und die Parameter heißen dann nicht K und D, sondern A, B und C. Und setzen das mit y2 gleich. Halt, hier war eine 2. Und das Ganze wird aufgelöst nach den unbekannten A, B und C. Und das hat er relativ schnell gelöst, interessanterweise. Und das wären jetzt hier unsere Parameter. Und jetzt können wir auch hier wieder die allgemeine Form zusammenschreiben. Ich kopiere mir das jetzt ja auch wieder. Sie sehen, wenn Sie das einmal gemacht haben, geht es dann relativ schnell, weil Sie dann bloß noch kopieren können. Aber aufpassen, wenn Sie kopieren, müssen Sie immer schauen, dass Sie alles sauber ändern. Oftmals vergisst man dann irgendeine Änderung und sucht dann sich dann ewig nach den Fehlern. Also das ist auch ein bisschen mit Nachteilen verbunden. Das wäre dann die Definition F2 von x. Wir rufen auf hier oben die allgemeine Form FQ und übergeben dann hier P2. Hier auch P2. Also der erste Wert wäre A, der zweite Wert wäre B und wir brauchen hier noch einen dritten Wert. Komma dahinter. Und das wäre dann P1,3. Na bitte. Schauen wir uns das an. Das wäre jetzt hier die allgemeine Form dieser quadratischen Gleichung. Ja, auch hier könnten Sie jetzt, ich mache es nur Spaß, jetzt halber nochmal eine Kontrolle machen. Dazu kopiere ich mir jetzt hier meine Funktion F2, trage hier, übergebe hier hier mein x2, rechne das Ganze aus und dann komme ich wieder auf 10, 14 und 10. Ja, aber wie gesagt, die Kontrolle ist eigentlich überflüssig. So, jetzt ziehen wir das Ganze nach oben. Halt, hier muss ich noch ein bisschen für die dritte Funktion. Halt, da war ich etwas zu schnell. Trag das Ganze jetzt hier ins Diagramm unten ein. Gehe also jetzt hier rein und füge jetzt noch eine weitere Spor hinzu. Gehe also hier auf Diagramm, Spor hinzufügen. Kopieren wir das hier wieder. Einfügen, Umbenennen. Da sehen wir jetzt hier unsere Parabel schön. Die werden wir allerdings jetzt von etwas neu anders formatieren. Klicken nochmal hier rein und können jetzt hier sagen, wir wollen den Linienstil gepunktet haben und bei der Spurfarbe 2 kann man hier schwer erkennen. Gelb nehmen wir hier einfach grün und sehen jetzt hier unsere Parabel. Ja, und diesen Teil wollen wir da verwenden. Der Rest interessiert uns nicht. So, machen wir noch die letzte Funktion, aber ich würde sagen, das wiederholt sich ja dann hier mit dieser. So, jetzt habe ich hier noch die Funktion F3 noch programmiert beziehungsweise nicht programmiert, sondern abgehergeleitet und die finden wir jetzt hier oben. Im Prinzip war das genauso wie bei der Funktion F1. Das ist auch eine lineare Funktion. Ich musste im Prinzip nur kopieren und eigentlich nur die Indexe umbenennen und hier die Punkte, neue Punkte eintragen. Und was ja auch noch geändert werden musste, war hier, dass ich hier halt gesagt habe, okay, das ist dann kleiner gleich. Weil jetzt quasi der letzte Bereich, bisher war es ja immer nur ein Zwischenbereich, aber ich habe ja noch quasi den letzten Bereich und dann heißt es dann hier, das ist kleiner gleich, sodass es wirklich ein geschlossener Bereich ist. So, jetzt kommen wir zum eigentlich interessanten Punkt, nämlich das Zusammensetzen der Funktion, also in Teilfunktion. Dazu muss ich hier nochmal kurz das Diagramm rausnehmen, das ist nämlich hier zu früh, das gehört eigentlich hier unten rein. So, und wir werden jetzt hier mal unsere Funktion, unsere eigentliche Funktion zusammenbauen, die ja dann dieses Gebäudeprofil beschreiben soll und die setze ich als diesen drei Funktionen F1, F2 und F3 zusammen. Je nachdem, welchen Bereich ich gerade bin von X, nehme ich dann die entsprechende Teilfunktion, also die Hauptfunktion nenne ich F von X. Gehe auf Dortmund ist gleich und wir haben quasi mindestens drei verschiedene Alternativen, also entweder F1, F2 oder F3 und ich werde allerdings noch eine vierte Alternative hinzufügen, nämlich für den Fall, dass wir hier außerhalb unseres Querschnittes sind, dann soll die Funktion einfach NAN ausgeben. Ja, also vier Alternativen, also eine mehrseitige Verzweigung. Gehe also dann hier auf Rechnen, dann auf Programmierung, da die ganze Funktion nur aus dieser Verzweigung besteht, brauche ich jetzt nicht auf Programmierung gehen, sondern es kann gleich auf IF gehen und gebe die erste Bedingung ein, die kann ich mir von hier oben holen. Wo haben wir sie? Ganz am Anfang. Hier, hier ist sie. Nehme die allgemeine Schreibweise, Steuerung C, füge sie unten ein und sage, okay, wenn das X in diesem Bereich liegt, ja, dann soll die Funktion F1 aufgerufen werden. F1. So, klick dahinter. Jetzt gehe ich hier rein. Sie können, wenn Sie jetzt mit diesen Bereichen arbeiten, die wir hier definiert haben, sowohl das Else-If als auch das Also-If verwenden. Das Else-If wäre jetzt einen Tick schneller, weil normalerweise, wenn ich in einem Bereich schon drin war, brauche ich in anderen nicht mehr einzugehen, deswegen nehme ich hier erstmal das Else-If. Kopieren wir jetzt hier die Bedingung für die Funktion F2. Die ist hier. Und dann die Funktion F2 hier unten rein. benennen wir das einfach um, weil Sie sehen, ich tue hier sehr viel kopieren, einfach umbenennen, dadurch geht das relativ fix. Und jetzt noch wieder ein Else-If rein, gehen wir jetzt hier auf Programmierung, Else-If holen wir uns die Bedingung, halt erstmal hier die Funktion rein kopieren, das wäre dann F3, dann die jeweilige Bedingung noch dazu, das ist diese hier, gehen wir auf Steuerung C, Steuerung V, schmeißen sie hier rein. Und wie gesagt, ich wollte ja noch hier, für den Fall, dass er jetzt außerhalb dieses Bereich liegt, dann soll er definitiv NAN ausgeben. Also gehe ich nochmal auf Else und sage hier NAN, wenn jetzt wir außerhalb unseres Definitionsbereiches kommen, ja, falls das mal eintreten sollte. Ja, man kann das theoretisch auch weglassen, ja, je nachdem, wie wahrscheinlich das ist, dass das so ist, aber ich mache es einfach hier auf Nummer sicher und das wäre jetzt hier meine Funktion. Ja, jetzt holen wir uns unser Diagramm nochmal hoch und tragen hier unser Diagramm ein. Im Übrigen, das könnten Sie auch mit der Wend-Funktion machen. Mal jetzt hier, jetzt will ich nicht rüber springen. Die Wend-Schreibweise wäre hier auch möglich, ich werde jetzt immer darauf verzichten, weil ich finde die Schreibweise eigentlich besser lesbar, als hier die verstrachtelte Wend-Funktion. Wir bräuchten quasi hier drei Wend-Funktionen dafür und hauen jetzt hier die Funktion rein, gehen also hier auf, ja, machen wir hier noch eine Spur hinzu, also hier haben wir Diagramme, Spur hinzufügen, das wäre die Funktion f von x und schauen wir, das sieht ja ganz gut aus, ja, die machen wir ein bisschen dicker, damit wir das besser sehen, gehen also auf Spurdicke und tun es etwas dicker machen und nehmen die Spurfarbe rot. Ja, das wäre jetzt hier die Funktion, und man sieht hier schön, sie folgt hier zunächst der linearen Funktion f1 von x, jetzt bis zum Punkt 6, ja, ab dem Punkt 6 folgt sie jetzt dieser Parabel, ja, und ab dem Punkt 14 folgt sie dann der linearen Funktion f3 von x und so lässt sich das super beschreiben. Ich will noch mal kurz den Beweis antreten, dass das auch mit else, mit also if gegangen wäre, allerdings ist das nicht so elegant, und dazu nenne ich das hier einfach mal f römisch 1 von x und mache hier einfach mal aus dem, kann man das hier so, ich glaube man kann das nicht so in ein weiteres, wenn ich hier hinklicke, einfach sage also if, mal sehen, ob das funktioniert, Programmierung also if, ne, ich mache da nichts, muss ich wirklich neu machen, schade, ja gut, machen wir es halt neu, also können sie dann relativ schnell kopieren und das hier auch löschen. So, das war ein Stück zu schnell, jetzt gehen wir also hier auf also if und holen uns einfach jetzt hier die Bedingung von hier drüben und hier dahinter also if hier die Bedingung und jetzt möchte ich nochmal die Funktion hier unten darstellen, um Ihnen zu beweisen, dass das wirklich auch dasselbe ist in dem Fall, aber in diesem konkreten Fall, gehen also hier auf Matrizen, Quatsch, auf Diagramme, dann auf Spor hinzufügen und das war dann die Funktion f römisch 1 und Sie sehen, die liegt genau drüber, das wäre im Prinzip dasselbe. Ich werde es mal wieder löschen, Spur entfernen und ja, warum ist das so? Vielleicht noch mal kurz die Erläuterung, warum ist das in beiden gleich? Ganz einfach, weil die Bereiche sich hier gegenseitig ausschließen, ja, die sind so definiert, das macht in dem Fall auch Sinn, dass sie sich gegenseitig ausschließen, das heißt, wenn jetzt, ich nehme mal jetzt hier irgendeinen Punkt, zum, dass man das durchzuspielen, zum Beispiel hier den Punkt, nehmen wir den Punkt 4 oder mal den Punkt 8 vielleicht, das ist vielleicht besser. Also, beim Punkt 8 wäre es jetzt so, er prüft jetzt, ist das zwischen, ich brauche mal die Koordinatenmatrix, weil ich die Punkte nicht genau im Kopf habe, die ruhig mir von hier oben, das ist ein bisschen der Nachteil, dass wir jetzt hier mit dieser Allgemeinform schreiben, dass wir die Punkte jetzt hier nicht sehen können, aber ich kann ja die Matrix einblenden, ja, das ist der Punkt 1, also, wenn das hier zwischen 0 und 6 liegt, wie gesagt, Punkt 8 sind wir, prüft jetzt, ist die 8, ist x gleich 8 zwischen 0 und 6, sagt er, nein, okay, ist es nicht, jetzt prüft er, ist es zwischen 6 und 14, ja, das ist quasi hier der erste, der zweite Wert, und der vierte, ja, ist die 8 zwischen 6 und 14, ja, also nimm f2 von x, und damit ist für ihn der Fall erledigt, hier guckt er gar nicht mehr rein, und das else macht er nur dann, wenn irgendein Punkt kommt, der nicht zwischen 0 oder 20 liegt, ja, zum Beispiel bei minus 5, dann wird er NHN ausgeben, das heißt, das funktioniert so, nehmen wir jetzt mal die 8 hier, für diesen Fall, wenn ors if hier stehen würde, also es kommt hier die 8 an, dann prüft er das wieder, ist das zwischen 0 und 6, nein, geht er zum nächsten, sagt, prüft das wieder, ist das zwischen 6 und 14, ja, geht hier rein, und über, und rechnet quasi mit der Funktion f2 von x, reicht das quasi an die weiter, und die rechnet das dann quasi für die Parabel aus, und gibt den entsprechenden Wert dann hier zurück, an die Funktion, und die gibt das dann wieder ans Diagramm oder so, oder wo auch immer, das Ganze aus, ja, er prüft allerdings bei also if, bei else if hat die Sache beendet, bei also if guckt er hier unten nochmal rein, jetzt sagt er, liegt die 8 zwischen 14 und 20, nein, und deswegen wird das nicht erfüllt, deswegen passt das hier auch, und wie gesagt, das ist genauso bei else, das ist genauso wie hier drüben, else macht er nur, wenn keins von den beiden Bedingungen erfüllt ist, das heißt, in dem Fall, da ich die Bedingungen so formuliert habe, das sind die Bedingungen, die sich gegenseitig ausschließen, kann ich sowohl else if als auch also if nehmen, man kann sogar die wenn Funktion nehmen, warum die wenn Funktion, beziehungsweise if Funktion, weil wir nur eine Anweisung pro Alternative haben, ja, das können wir jetzt wirklich löschen, und der letzte Punkt war jetzt hier noch, die Fläche zu bestimmen, da fällt mir ein, ich habe ja noch eine Kleinigkeit vergessen, ich wollte hier mit Metern arbeiten, also auch mit Einheiten, das können wir aber schnell korrigieren, gehen wir einfach hier oben auf unsere Datenmatrix, das ist ja hier, hier kommen quasi unsere Daten ins Spiel, und hier kann ich noch, wenn ich das mir als Excel hole, Excel ist ja selber Einheiten los, aber ich kann jetzt hier im Import, wo ich quasi die Daten rein importiere, gleich die Einheit hinzufügen, gehe also hier auf Rechnen, und sage, die Koordinaten sind alle in Meter, gehe hier rein, suche mir jetzt hier die Länge, und gebe hier, wo ist es hier, Meter an, und jetzt habe ich hier, das Ganze ist in Metern definiert, hier muss ich jetzt noch hier die Meter mit angeben, damit das so ein bisschen rummeckern, so, na bitte, blöde Fehlermeldung, da kann ich jetzt hier, also durch, das war schon eben, durch Meter, ich muss quasi die Meter hier rauskürzen, hier unten, und das machen wir hier auch, durch Meter, dann passt das wieder, das passt eh alles, da kommen halt nur die Meter ins Spiel, und, hier auch, hier beim Diagramm, muss ich das wieder entsprechend korrigieren, hier unten, hier muss noch Meter zugeschrieben werden, bei X, kommt ja die Einheit mit dazu, und hier oben auch, und hier, hier muss noch ein Meter mit rein, hier muss noch ein Meter mit rein, Ah, okay, das X ist nicht definiert, ich glaube, das könnte noch zum Problem führen, was sagt er hier, die Plotten fehlgeschlagen, ersetzen Sie die komplexen Werte, aha, okay, jetzt haben wir das Problem, durch die NAN-Geschichte, zeichnet er uns hier das Diagramm, wobei ich das nicht ganz verstehe, weil wir eh zwischen 0 und 20 liegen, ja, wenn Sie mit Einheiten arbeiten, ist es manchmal so, dass man hier das X außerhalb des Definitionsbereichs, außerhalb des Diagramms vorher definieren sollte, und mache ich das ja einfach mal, ich tue das X hier definieren, und sage, okay, Sie legen quasi den Definitionsbereich fest, ist nicht immer notwendig, ich habe ja gesehen, manchmal geht es auch ohne, hier in dem Fall geht es halt so, könnte daran liegen, dass es sich ja um Einheiten handelt, also gehen wir auf X-Doppelpunkt ist gleich, und sagen, wo soll es losgehen, das soll hier losgehen, bei unserem ersten Wert, ach so, wir brauchen jetzt hier noch den Bereich, wir brauchen hier diese, den Schrittbereich, bitte, Schrittbereich, so, soll beim ersten Wert losgehen, also hier, also bei 0, jetzt brauchen wir hier ein Inkrement, das heißt, wir nehmen den ersten Wert, und tun einfach allen Meter die Punkte berechnen, also plus 1 Meter, und das soll dann gehen bis zum letzten Wert, also bis 1,5, ja, und, ich zeige nochmal die Matrix vielleicht, damit Sie das besser nachvollziehen können, ja, die allgemeine Schreibweise hat ein bisschen den Nachteil, dass man immer wieder sich die Matrix dazu nehmen muss, um zu wissen, was bedeuten diese, diese Angaben hier, das heißt, erster Wert ist X, ist quasi 0, bei 0 geht es los, das ist quasi 1,1, erste Zeile, erste Spalte, also dieser, jetzt sagen wir oft, dass 0, tun wir einen Meter drauf addieren, das heißt, der nächste Wert wäre dann bei 1 Meter, dann bei 2 Meter, dann bei 3 Meter, und das Ganze geht bis zu diesem Wert, erste Spalte, zweite Zeile, also hier, erste Spalte, letzter Wert, also fünfte, erste Zeile, fünfte Spalte, jetzt haben wir es, der dann bei 20, da wäre dann hier Schluss, ja, übrigens, wenn Sie das so definieren, dann können Sie das hier unten theoretisch weglassen, ja, das kann ich jetzt hier rauslöschen, das kann man, bei dem Fall kann man das dann weglassen, dann übernimmt er das auch so, dann passt das, wenn Sie hier mal ein bisschen ranzoomen, dann werden Sie feststellen, dass die, dass die Parabel, naja, dass die ein bisschen abgehackt ist, wenn wir quasi allen Metern nur die Werte berechnen, und das können Sie korrigieren, wenn Sie sagen, okay, bei einer linearen Funktion ist das egal, ja, wenn Sie das nicht so abgehackt haben wollen, dann machen Sie einfach hier Zentimeter rein, und dann wird das ein bisschen glatter, ja, also das ist nur eine Spielerei, ja, aber manchmal ist das, kann das stören, und, ja, und jetzt haben wir das entsprechend ausgerechnet, also, nochmal schöner dargestellt, damit können wir besser arbeiten, dass wir jetzt die Matrix jetzt hier stehen, für den Fall, dass ich das doch nochmal brauche, und jetzt sollen wir hier noch die, das Volumen ermitteln, ja, und das Schöne ist, wenn man so eine Funktion haben, dann kann man natürlich jetzt hier auch die Mathematik verwenden, man kann jetzt hier integrieren, und zum Beispiel hier die Fläche unterhalb dieser Funktion zu ermitteln, dazu gehe ich jetzt hier auf, wie nennen wir es, V, einfach V, für Volumen, Doppelpunkt ist gleich, ich nehme die Länge von meinem System, also L, und multipliziere die halt mit der Fläche unterhalb meiner Funktion, und die Fläche ermittle ich über ein Integral, gehe also jetzt hier auf Integrieren, und muss dann die Integrationsgrenzen mit angeben, und das Ganze geht wieder los hier beim Punkt K1, den haben wir hier oben, den können wir uns wieder kopieren, bis zum Punkt K5, also fünfte Spalte, das meine ich hier K5, also immer die X-Werte, also wir haben Qualität, wir integrieren von 0 bis 20, das wäre hier dieser Wert, ja und dieser, und was tun wir integrieren, wir integrieren die Funktion f von x, nach dx, wo wir integrieren, und ja, das war es schon, gehen wir auf ist gleich, und kriegen jetzt hier diese Fläche raus, das Ganze noch in Meter angezeigt, halt in Kubikmeter natürlich, also Meter hoch 3, und das wäre jetzt hier unsere, unser Volumen, nicht die Fläche, sondern das Volumen unseres Gebäudes. Ja, letzter Punkt noch, wie Sie sehen, ich habe mir jetzt hier die Mühe gemacht, und das wirklich überall, ganz allgemein formuliert, ja, ich habe nirgendwo Punkte doppelt eingegeben, im Prinzip läuft alles ausgehend von dieser Punktmatrix, hier oben, und das hat jetzt den großen Vorteil, dass ich jetzt jederzeit, wenn jetzt meinetwegen irgendeiner sagt, naja, ich möchte jetzt meinetwegen hier, diesen Bereich größer machen, meinetwegen hier hinten die, die Punkte ab dem Punkt, ab x gleich 10, also hier einfach um 2 drauf addieren, ich mache das hier einfach mal, und gehe mal rein, und tue jetzt hier mal die Werte, vergrößern, also 10 wäre dann 12, also um 2 Meter, aus 14 wird dann 16, und aus 20 22, dann schließe ich das, und dann macht er mir das hier breiter, wir sehen, das geht hier bis 22, ja, und hier sehen wir jetzt auch, hat er jetzt 16, hier hat er jetzt 12, und auch die ganzen Rechnungen werden jetzt entsprechend angepasst, ja, Sie müssen nur einfach die Ausgangskoordinaten ändern, und hier kriegen wir jetzt das Ganze hier breiter gezogen, und auch hier das Volumen wird dann neu berechnet, ja, das ist eben der Vorteil, wenn Sie das wirklich allgemein die ganze Zeit formulieren, Sie sehen, das ist ein bisschen aufwendiger, vielleicht auch nicht so leicht zu lesen, das ist vielleicht der einzige Nachteil, den Aufwand können Sie dadurch minimieren, in dem Sie halt möglichst viel kopieren, ja, und, aber der Vorteil, den Sie damit bekommen, Sie brauchen das nur einmal ändern, hätte ich jetzt überall die Punkte, wo ich sie brauche, immer wieder neu eingegeben, und ich müsste jetzt die Ausgangswerte verändern, wie ich es eben gezeigt habe, dann hätte das bedeutet, dass ich da überall hätte diese ganzen Punkte ändern müssen, und das ist natürlich eine riesen Aufwandfrage, aber vor allen Dingen auch eine Fehlerquelle, weil es kann ja passieren, dass Sie da einen Punkt vergessen zu ändern, ja, und im besten Fall hält dann Ihre Rechnung an, und es wird dann irgendwas rot, und Sie kriegen dann einen Fehler, und Sie gehen der Sache nach, und kommen dann vielleicht nach einer Stunde darauf, dass Sie da irgendwo vergessen haben, einen Punkt zu ändern, ja, aber was noch viel schlimmer wäre, er rechnet das komplett durch, ja, weil diese Punktänderung, oder diese vergessene Punktänderung, jetzt nicht zu einem Fehler, zu einem konkreten Fehler führt, sondern nur zu einem logischen Fehler, und logischer Fehler würde bedeuten, er rechnet das komplett durch, es kommt was raus, es ist allerdings falsch, ja, und Sie kommen im Prinzip erst viel, viel später dahinter, wenn meinetwegen jetzt irgendwelche Kosten angefallen sind, weil falsche Volumen berechnet wurden, und so weiter, das hier ein Fehler war, ja, deswegen mein Tipp immer, verwenden Sie möglichst immer die allgemeine Schreibweise, auch wenn das vielleicht etwas aufwendiger ist, aber ich glaube, ich konnte ja auch demonstrieren, dass sich der Aufwand durchaus in Grenzen hält, und dass der Vorteil letztendlich den Nachteil überwiegt. Okay, so viel zu dieser Übung, und, ja, danke für die Aufmerksamkeit.